Jetzt ja! Hallihallo! Hallo Leute, ich schätze, wenn ich mal eine schöne Rauchgranate, die ich euch schon mal im Video gezeigt habe. Die kannst du jetzt nicht werfen, ich werde sie hier in die Hüfte stellen, es ist gerade so schön windig. Hast du alles drauf? Ja. Da ist ganz easy, ihr müsst einfach bloß den Verschluss hier abweisen. Dann habt ihr hier so eine schöne Halufolie, die macht ihr kaputt. Am besten, wenn es geht, alles raus machen an der Halufolie. Dann habt ihr hier ein kleines Zünddraht, wenn ihr den raus dreht, kommt ein Zündfunker. Und dann geht es los. Kommt rein! Aufstehen! Warten wir kurz. Wie gesagt, einfach Zündfunk ziehen und dann werfen. Das ist ein bisschen sehr windig, wa? Na, das kommt noch. Jetzt entwickelt sie sich langsam. Also im Raum ist das Hammer geil. Vor allem in großen Häusern. Wenn ihr die irgendwo wusstet, im Haus, da sieht keiner mehr, man. Die tiefe Orangen herauskommt. Das ist doch gut benebelt. Da unten sieht man fast gar nichts mehr. Da unten sieht man fast gar nichts mehr. Aber ein toller Effekt. Aber explodieren können die nicht, oder? Ne. Möglich, dass sie vielleicht auch anfängt zu brennen. Wie raucht da raus. Okay, das war es dann wohl so langsam. Ja. Effekt ist auf jeden Fall da. Ja. So, zeig ich mir nochmal. So Leute. Das war die tolle Rauchgranate. Die ist denn jetzt leer. Ich würde sie auch jetzt nicht anfassen. Also... Haut ihr rein!